Hallo ihr Lieben, mein Name ist Susanne Hühn, ich bin spirituelle Lebensberaterin und vor allem Buchautorin von über 70 Büchern, sehr, sehr vielen Kartendecks, ich habe sehr viele Meditations-CDs gemacht und ich möchte euch hier auf diesem Kanal Legungen anbieten, Channelings anbieten, Meditationen anbieten. Es gibt auch einen Mitgliederbereich, wenn du mich viel persönlicher, viel näher, noch viel spiritueller kennenlernen möchtest. Das ist die Kristallquelle online, wenn es dich da also hinruft, freue ich mich von Herzen. Und heute möchte ich euch gerne mal aus diesem Kartendeck hier, lichtvolle Botschaften aus der Welt der Engel von Renate Baumeister und von mir, eine kleine Legung machen. Ich hatte vorhin schon was aufgenommen und das ist aus irgendeinem Grund auf meinem Computer verschwunden. Warum auch immer. Dann habe ich gedacht, okay, gut, alles klar, dann probieren wir es jetzt einfach noch mal mit anderen Karten. Wer weiß, was daraus jetzt entstehen möchte. Also, wenn du mir erlaubst, für dich die Karten zu ziehen, ich mache übrigens, ich nehme immer nur Kartendecks, die ich selbst gemacht habe. Warum? Weil ich mich dann da nicht um Lizenzen, um Rechte, um sonst irgendwas kümmern muss, sondern meine eigenen Kartendecks darf ich hier natürlich auch zeigen. Also, wenn es dich ruft, wenn du das Gefühl hast, ja, Susanne, nehme ich mal mit rein. Was sagen denn die Engel gerade jetzt irgendwie zu mir? Dann gib mir bitte ein Like, ein Herzchen, ein Ja, ein sehr gerne oder ein irgendwas, irgendeine Art von Handlung. Und ich schaue mal, welche Karten. Mach du mal. Gib mir mal ein Ja. Okay. Lichtvolle Welt der Engel. Was dürfen wir denn gerade? Ja. Es sind gleich zwei. Okay. Für die Numerologen unter euch, die 41 und die 23. Was ich spannend finde, es sind zwei Primzahlen. Es geht also um dich und um die Einheit mit dir. Eine Primzahl ist durch sich selbst und durch eins teilbar. Und wir haben den Einklang. Bring deinen Körper und deine Seele in Harmonie. Das bedeutet, nicht nur bringe dich in Einklang, sondern erinnere dich an deinen Einklang mit dir selbst. Und das ist, was ich auch gerade sehr deutlich spüre. Ich spüre mich gerade sehr zurückgezogen, sehr so bei mir, möchte gerade gar keine großen Geschichten da irgendwie im Außen rausgeben oder hören und spüre, dass sich in mir eine Wandlung vollzieht. Und das ist hier die zweite Karte, die Transformation. Eine vollständige Wandlung will geschehen. Und eine vollständige Wandlung bedeutet, dass du aus deinem kompletten bisherigen, ich möchte es mal Medizinrat nennen, aussteigst. Medizinrat bedeutet, du bist hier in der Mitte mit deiner Seele, mit deinem Bewusstsein, allem was du bist. Und hier außenrum hast du deine Fähigkeiten, deine Kräfte, die Tatkraft, dein Feuer mit der Frage, wofür brennst du. Dein Körper mit der Frage, was nährt dich, was nährst du, wie hältst du deine Energie. Hier unten haben wir das Wasser. Was bewegt dich? Und hier oben haben wir die Luft. Die Luft ist die Verantwortung, die Visionen, die Frage, was beflügelt. Dich. Bis jetzt haben wir es immer so erlebt, dass wir irgendwie so getrennt voneinander waren. Wir waren entweder hier ganz viel in der Tatkraft, in der Frage, wofür brennst du. Oder wir waren irgendwie ganz viel im Körper, ganz viel in den Gefühlen, ganz viel in den Gedanken. Und die alle hatten irgendwie nicht viel miteinander zu tun. Das Feuer mit der Frage, wofür brennst du, war häufig irgendwie für andere Menschen eingesetzt. Ich mache ganz viel von dem, was andere von mir wollen. Die Gefühle hingen irgendwie im inneren Kinn fest. Die Luft war irgendwie wie, als ob dir einer so mit einem Pumpspray so seine Gerüche, seine Düfte in deine Klarheit mit reinbringt. Die Ideen der anderen, die Überzeugungen und Glaubenssätze der anderen waren irgendwie sehr wichtig. Der Körper war irgendwie abgespalten. Deine Ressourcen hast du für andere eingesetzt. Und ja, hier in der Mitte warst du mal anwesend, wenn gerade sonst nichts anstand. Ja, und egal wo du warst, in deinem Medizinrat, man hatte immer so das Gefühl, ja, egal wo ich gerade bin, ich spüre die anderen Aspekte nicht. Vor allem in der Mitte warst du sehr selten. In der neuen Energie jetzt, und das ist der Einklang und das ist die Transformation. In der neuen Energie jetzt geht es darum, dass du ein völlig neues Medizinrat bekommst, wenn man das Medizinrat mal als deine Kräfte, dich selbst in deiner Gesamtheit begreift. Bis jetzt war es so, du hattest in all diesen Bereichen hier deine Themen wie reingestempelt bekommen. Es hätte deine Seele gesagt, wir kommen jetzt auf die Erde mit allen Themen und die stempeln wir jetzt mal so richtig hier in alle Bereiche rein. Alle Themen, die du halt so hattest. Ich wollte jetzt gerade anfangen, Themen aufzuzählen, aber vielleicht hast du ja ganz andere. Also letzten Endes ging es immer darum, dass wir uns hier in die Einheit mit uns selbst bewegen. Und es sah immer so ein bisschen aus, als ob wir uns im Kreis drehen. In Wirklichkeit, wenn man von der Seite schaut, ist es aber natürlich eine Spirale. Nur diese Spirale kommt auf jeder Ebene immer wieder über die gleichen Felder. Du hast jedes Mal, wenn du ein Stückchen höher kommst in deiner Spirale, wieder die gleichen Themen. Diesmal aber mit ein bisschen mehr Bewusstsein. Was bedeutet Bewusstsein in dem Fall? Bewusstsein bedeutet, du wirst dir immer mehr gewahr, dass das alles du bist. Dass alles, was am Anfang so völlig voneinander getrennt war, dass das alles du bist. Und vor allem kommst du, je mehr du diese Treppe hochgehst, diese Spirale hochgehst, immer mehr in die Mitte. Das heißt, es ist wie, als fängst du außen an. Aber während du hochgehst, wird sie immer enger, diese Spirale. Und irgendwann stehst du hier und bist in deiner Mitte. Und hast von hier oben aus den Überblick und siehst, ja, und das sind alles meine Aspekte. So, hier sind aber noch die Themen reingestempelt. Das heißt, es kann sein, dass du trotzdem immer noch mit deinen gleichen Themen irgendwie beschäftigt bist. Jetzt geht es um eine vollständige Transformation. Und in dieser vollständigen Transformation ist es, als würdest du ein neues Medizinrad bekommen. Das hier ist einfach weg. Und du kriegst ein völlig Neues. Und mit dem neuen Medizinrad, in dem neuen Medizinrad bist du in deiner Mitte. Und guckst von hier aus auf deine Kräfte. Und alle Kräfte dienen dem Ausdruck deiner Mitte. Hier gibt es auch wieder einen Entwicklungsweg, wie der aussieht, wissen wir noch nicht. Aber er ist nicht mehr. Komm aus der Trennung von dir selbst heraus, denn das bist du jetzt. Und das ist, was die Karten dir hier auch sagen möchten. Einklang. Bring deinen Körper und deine Seele in Harmonie. Bedeutet, erkenne, dass du beides bist. Du bist sowohl Körper als auch Seele. Es ist nicht mehr dieses Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-Auch. Eben, weil du in einer grundsätzlichen Transformation bist. Du bist in der Transformation vom von dir selbst getrennten Wesen. Entweder fühlst du dich als Mensch oder du fühlst dich als Lichtwesen. Du sehnst dich entweder nach Hause in deine lichtvolle Welt oder du bemühst dich irgendwie um Erdung. Irgendwas ist immer. Hin zu der Transformation, die besagt, ich bin alles, was ich bin, gleichzeitig. Das bedeutet, mein Bewusstsein hat sich so erweitert, dass ich alle meine Aspekte auf jeder Ebene gleichzeitig wahrnehmen kann. Und aus diesem Gefühl von Einheit heraus zu handeln und zu fühlen und Beziehungen zu führen, ist was vollkommen anderes, als wenn wir ewig auf der Suche sind nach dem, was uns scheinbar im Außen fehlt. Ja, es fehlte uns im Außen, aber letzten Endes fehlten wir uns an der Stelle selbst im Außen. Das heißt, wir suchten im Anderen oder in unserem Job oder in was auch immer, immer so die fehlenden Anteile unserer Selbst. Jetzt ist es so, in dem Neuen handeln wir aus der Mitte heraus im Einklang mit all unseren Aspekten, mit all unseren Fähigkeiten, Ressourcen, mit unserer Tatkraft, mit unserer emotionalen Kraft, mit unserer mentalen Kraft. Wie kann man noch eine Karte ziehen? Für die, die es betrifft. Warte, da lege ich mal die hier zur Seite. Für die, die es betrifft. Wenn es dich betrifft, guckst du sowieso noch. Wenn es dich nicht betrifft, hast du es eh schon längst ausgeschaltet. Was gibt es noch zu wissen? Was gibt es noch zu wissen? Gibt es noch etwas, was uns unterstützt, was uns hilft? Ja, Reflexion. Die 13, noch eine Primzahl. Als gäbe es keine anderen Zahlen als Primzahlen. Guck dir das mal bitte an. Erkenne, was hinter all dem steckt. Also, damit ist gemeint. Wir werden im Moment durch einiges getriggert, was immer das in deinem Leben gerade bedeutet. Es gibt so ein paar Themen, immer wieder die gleichen wahrscheinlich, wo du denkst, großer Gott, wie lang war ich, wie auf solchen da noch hin? Da war ich doch schon tausendmal an diesem Thema. Ja, jetzt geht es aber darum, um die Frage, erkenne, was hinter all dem steckt. Und alles, was uns jetzt triggert, will uns einfach nur auf etwas aufmerksam machen, wo wir noch nicht ganz in unserer Mitte stehen und erkennen, na guck mal, das bist alles du. Dein Feuer, deine Tatkraft, deine Begeisterung, das wohl für du brennst, deine Inspiration, deine Luft, deine Visionen, deine klare Gedankenkraft, deine Fähigkeit, dich zu äußern, deine Kommunikation, deine Erde, dein Körper, deine Ressourcen, auch dein Geld, dein Yin, deine Weiblichkeit hier drüben, deine Männlichkeit, dein Wasser, dein inneres Kind, deine Gefühle, deine Wahrnehmungen, deine Hellfühligkeit, deine Gelassenheit, deine Fähigkeit, innerlich friedlich zu sein. Das bist alles, alles, alles du, geboren hier aus dieser Mitte heraus, die sich im Außen ausdrücken möchte. Und alles, was gerade passiert, was dich triggern könnte, möchte dir nur noch hier in den verschiedenen Bereichen irgendwelche Aspekte zeigen, die vielleicht noch nicht ganz stimmig sind. Beispiel dazu. Gestern, ich weiß schon nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, irgendwas war gestern, irgendwas war gestern. Ich habe es vergessen. Da fühlte ich mich auf einmal irgendwie so abgetrennt vom Gesehenwerden, so war es nämlich ganz genau. Ich schreibe gerade ein Buch über das innere Glückskind, über dieses innere Kind, das nicht getrennt ist von sich und mit den verschiedenen Eigenschaften und Aspekten, die das da so haben könnte. Genau. Und ich schrieb gestern gerade über das Thema, erinnere dich daran, wie es ist, in all deinen Aspekten gesehen zu werden. Und habe dann eine innere Reise gemacht, eine Meditation geschrieben, in so Bereiche in unserem Inneren, wo es noch so ein bisschen duster ist, wo wir uns noch nicht so richtig gesehen fühlen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache meine Reisen natürlich immer erst mal selber, bevor ich sie aufschreibe. Aufschreibe, klar, sonst weiß ich ja nicht, wie sie funktionieren. Habe ich die Augen zugemacht, habe gesagt, führe mich mal irgendwo dahin, wo es in mir noch duster ist. Jawohl. Und dann war ich an einem Punkt und das war wie so ein Riss in der Erde, bis runter in den Kern, bis ins Herz der Erde, wie so eine V-förmige Spaltung. Also, ich habe gedacht, okay, was ist denn das? Ich habe so gedacht, ich bin zum Teil durchaus noch gefühlt von meiner eigenen Erde, also von dem, dass ich hier auf der Erde meinen Kram irgendwie auch geregelt kriege und mit meinem Zeugs sichtbar werde. Es ging ja um Sichtbarkeit. Ich bin da irgendwie noch getrennt davon. Okay, also natürlich nicht total getrennt, du siehst es ja gerade, aber besser geht immer. Es hat sich mir einfach so gezeigt. Dann habe ich mich da nur hingesetzt und habe geguckt, okay, was passiert denn da jetzt eigentlich? Und auf einmal kam aus dem Herzen der Erde, wie so Lava, nach oben und hat so diesen Spalt, diesen v-förmigen Spalt von unten nach oben einfach ausgefüllt, bis es oben schön stabil war, wie so eine Gesteinsschicht. Dann saß ich noch so ein bisschen weiter und habe gedacht, das ist super. Und auf einmal wurde mir ganz klar, ganz klar, dieser scheinbare Riss in der Erde ist meine energetische Verbindung bis hinein ins Herz der Erde. Ich kann es als Riss empfinden oder ich kann es mit Licht ausfüllen und dann bin ich als das Lichtwesen, das ich bin, direkt verbunden mit dem Herzen der Erde. Entschuldigung, Sekunde. Entweder das berührt gerade was in dir oder in mir oder ich habe heute einfach schon zu viel gequatscht. Ich war auch letzte Woche ziemlich erkältet. Ich saß also so da und habe gesehen, es ist beides gleichzeitig. Ich kann das Ganze mit der Lava, mit dem Gestein erfüllen, dann ist es stabil. Oder ich kann, also und gleichzeitig kann ich es als lichtvollen Spalt sehen, der mich mit dem Herzen der Erde verbindet. Und beides gleichzeitig stimmt. Und auf einmal war das so ein wechselndes Bild. Je nachdem, in welchem Zustand ich mich gerade befinde. Wenn ich gerade Stabilität brauche, dann kann ich mich da draufstellen als Erdwesen. Und es ist mit Gestein gefüllt. Wenn ich gerade in einem sehr lichtvollen Zustand bin, kann ich als das Licht, das ich bin, mich ganz tief verbinden mit dem Herzen der Erde gleichzeitig. Und diese Gleichzeitigkeit, das ist das Neue. Das ist die Transformation. Das ist Körper und Seele zugleich zu sein. Vom Bewusstsein her zugleich in der Mitte des Medizinrates. Ich bin Erde. Ich bin Lichtwesen. Ich bin Mensch. Ich bin Seele. Ich bin Spirit und ich bin ein Ausdruck von Gaia. Alles gleichzeitig stimmt. Und da gehen wir immer, immer mehr hin. Und nochmal, was die Karten von dir wollen, ist, dich genau daran erinnern. Und immer dann, wenn irgendwas komisch ist, wenn irgendwas sich gerade blöd anfühlt, einfach mal schauen. Okay, will da auf eine Trennung noch aufmerksam gemacht werden? Oder war sogar die Trennung nur eine Illusion? Und du hast es bis jetzt als Trennung verstanden, weil der Auftrag eben nun mal war, erforsche Trennung. Und wenn du jetzt aber mit den neuen Augen schaust, aus 5D heraus, aus den Augen des Einklangs, mit den Augen der Einheit, dann siehst du vielleicht, nein, es war in Wirklichkeit gar keine Trennung, sondern einfach, ja, wie bei mir eben, eine Möglichkeit, als das Lichtwesen, das ich bin, direkt mit Mutter Erde in Kontakt zu kommen. Eine Karte wollt ihr noch? Zumindest fühle ich das bei einigen gerade. Da mische ich schon das Büchlein mit. Das kann man machen, aber man muss es sich ja nicht unbedingt noch schwerer machen. So, welche Botschaft gibt es noch für die, die jetzt noch fragen? Ja, aber Susanne, wie soll ich denn das machen? Was ist denn da jetzt noch damit gemeint? Ich kann es ja nicht ändern, gell? Jetzt habe ich ja schon wieder die Einheit gezogen und zentriere dich und erkenne deine Herzenswahrheit. Es geht wirklich nur, nur, nur noch darum, hier in deine Mitte zu kommen. Aber nicht, indem du dich aus allem hier rausziehst, ja, sondern im Gegenteil, indem du all das zum Werkzeug für deine Mitte werden lässt. Also schmeiß hier bitte alles raus, was du in Wirklichkeit nicht bist, ja, oder was du aus dem Gefühl der Trennung heraus immer gemacht hast. Verbinde dich mit deiner Mitte und komm dann hier mit deinen Kräften in Kontakt. So, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn du mehr zu diesem Medizinrat wissen willst, dann gibt es in der Kristallquelle Online, die unten verlinkt ist, in drei verschiedenen Bezahlstufen. Kristallquelle Online, Kristallquelle Gold, Diamantquelle. Du kriegst überall die gleichen Inhalte. Es ist nur je nachdem, wie viel Beitrag du gerne leisten möchtest. Manche möchten ein bisschen mehr geben, manche können nicht so viel geben. Deshalb habe ich das jetzt mal so gestaltet. Da kriegst du einen Medizinratkurs. Den musst du dir da ein bisschen zusammensuchen. Da sind noch viele andere Inhalte drin. Es steht vorne dran, aber bei den Videos immer Medizinrat. Ja, also falls du da Lust drauf hast, dann komm doch einfach in die Kristallquelle Online Gold, Diamantquelle, was auch immer du magst und schau dir diesen Medizinratkurs an. Da lernst du noch ein bisschen mehr über dieses Modell hier, weil ich hier sehr gerne mit arbeite. Ihr Lieben, da lassen wir es mal stehen für heute. Wie gesagt, Kristallquelle ist verlinkt, dann sehen wir uns da vielleicht bald und wenn nicht, dann eben einfach hier auf diesem Kanal. Bis bald!